Achtung! Kreischalarm! Bei diesem Video wird deutlich, dass Superdaddy David Beckham, 46, für jeden Spaß zu haben ist. Denn als seine Tochter, Nesthäckchen Harper 7, 10, beim Ausflug in den Wasserpark Lust auf eine Rutschpartie hat, ist David natürlich sofort am Start. Statt Basecap hätte sich der 46-Jährige aber vielleicht besser Ohrenschützer anziehen sollen, denn Harper ist vom Adrenalinrausch so beflügelt, dass die Kleine sich auf der Rutschbahn fast die Seele aus dem Leib kreischt. David Beckham, das ist meine Tochter, die da so schreit, nicht ich, ich verspreche es. In dem lustigen Vater-Tochter-Clip, den David Beckham auf Instagram geteilt hat, ist zuerst nur das Ende einer langen Wasserrutsche zu sehen. Zuschauer müssen unbedingt den Ton anschalten, denn dann hört man, dass die Beckhams offensichtlich gerade auf der Bahn unterwegs sind. Lautes Geschrei und Gekreische ist zu hören, bis David und Harper dann zusammen in einem Boot sitzend mit Riesenplatschen unten ankommen. Das war beängstigend, hört man Harper sagen, während ihrem Papa das Grinsen nur so ins Gesicht geschrieben steht. Ja, das ist meine Tochter, die da so schreit, nicht ich, ich verspreche es, schreibt David zu dem Video und postet einen Emoji mit langer Nase, der zeigen soll, dass David offenbar flunkert. Oha, ob David bei der Rutschpartie auch ein bisschen Angst hatte? Gattin Victoria Beckham, 47, kauft ihrem Mann diese Aussage jedenfalls nicht ab. Du hast geschrien, bis du unten warst, David. Im Wasserpark kannst du einfach nicht anders. Naja, wer hier am Ende wohl recht hat, süß ist dieser Vater-Tochter-Ausflug aber in jedem Fall. – Schreit via alkalmaz – – Schreit